Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, die ist jetzt so geil. Aber war das gut so? Ja, war nicht schlecht. Jetzt nicht erwähnenswert gut so, aber ich kann jetzt auch nichts Schlechtes drüber sagen. Wahrheit. Mit welchem Promi hattest du den besten Sex? Oh, das kann ich nicht sagen. Na doch. Echt? Wahrheit, Alter. Ja, dann mal grobben.